Wie lebt man mit elf Kindern von Hartz IV? Und wie tickt man, wenn man ganz oben ist? Was ist sozial? Was ist gerecht? Deutsche packen aus. Klaus Strunz hakt nach. Kinderarmut und Steuerüberschuss, Minijobber und Superreiche. Wie passt das zusammen? Ich suche Antworten auf die brennendsten Fragen der Deutschen. Eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf. Soziale Gerechtigkeit. Der große Faktenchat mit Klaus Strunz. Am Mittwoch um 22.30 Uhr in Sat.1.